Richard? Ja? Ja? Richard? Ja? Richard? Ja? Kannst du mich hören? Ja, Opa. Ich kann mich hören. Was studierst du? Pornografie im dritten Semester, Opa. Was ist das? Das ist da, wo die ganzen hübschen Mädels da immer im Magazin rumlaufen. Das ist geil. Ja. Es war einmal ein kleiner Junge mit einem Fuß, aber drei Beinen. Typ mit drei Beinen trägt Gapuk Werb. Wie soll ich das denn zeichnen? Was habt ihr gemacht? Das denke ich auch. Muss ich erst mal googeln. Wo ist denn da googeln? Digga, was ist das? Start. Album von Daniel. Alien ist Hundeklod. Oh. Schaut da. Ein Alien ist Hundekacke. Krass. Siehst du? Perfekte Zeichnung. Jesus Christus. St. David gezeichnet. Kälte fliegt rückwärts zum Mond. Rückwärts zum Mond? Ja Junge, das ist ja ultra schön. Was ist das denn scheiße? Auf die Kacke. Kälte fliegt vom Mond weg. Ja, nee, kacke Tim. Ich hätte doch extra Lernwärmung gemacht, die Peile. David pisst auf Hund. Tim, das ist das Letzte? Ja, das ist das Letzte, gerade. Junge, was? Ey, das ist ein Schwein. David f***t einen Hund in den Kopf. Welche Frage. Echt, das ist gut. Ey, ich mach ehrlich. Ey, Welker, was ist das? Du, was ist das? Was, was, was? Ich hab noch gar nicht... Tom, jetzt musst du die Szene beschreiben, die du siehst, ne? Fack. Junge, ich konnte es jetzt nicht fertig schreiben. Scheiße. Priester reitet auf anderem Priester. Junge, das wollte ich schreiben, aber ich hab's nicht... Ich bin echt in Ordnung, oder? Junge, das ist die Zeit gegen oben. Ich konnte ihn hier entscheiden. Hä? Pinker Penis schießt pinken Laser. Pinker Penis schießt pinken Laser. Ja, ich bin voll wild. Mega. Wir sind wild. Boah, der sitzt da oben. Junge, der steuert den Penis, der Laser schießt, ne? Der fein. Oh, das geht hier aus, dann schon. Oh, Alter. Batman pisst vom Gebäude. Boah, hier. Oh, das ging sogar dann bei mir. War in eigentlich in Ordnung. Ich wusste nicht, wie man das Batman-Symbol zeigt. Batman pisst vom Hochhaus. Oh, das zeigt ein Hochhaus, leider. Junge, das ist doch gut. Also ultrahoch. Oh, was ist das, Junge? Voll. Ich hab Batman pisst von einem Hochhaus. Voll legendär. Batman mit B? Ey, Batman. Digga. Batman. Alter, okay. Ich hab von Tümern gesprungen. Oh, was? Ey, Digga, was ist das? Tüfen schlagen auf ein Kind mit Hund. Digga. Ey, was ist das? Junge. Junge, ich dachte so, hey, das soll nicht sein. Oh, ah. Auf ein Kind, Digga. Junge. Meinst du, das ist ein Knippling, was ist machbar? Digga, wie soll man? Scheiße, scheiße, schnell. Also, wenn nur der erste Teil da wär's auch machbar, der zweite verstehe ich einfach nicht mehr. Okay, jetzt halt gleich rum. Egal. Du bist fertig. Scheiße, ich hab mich wahnsinnig fertig. Boah, was ist das denn? Hä? Boah, wir sind Penis. David hat eins. Ding ist, ein Satz könnte echt von Ben sein, weil das ist halt nicht mal richtiges Deutsch. Also. Hä? Echt Kakaos. Ich glaub, dann ist das wirklich meiner. Nein, oh Gott. So. Was ist das für Sinn? Wiederfertig, das ist viel zu einfach, hä? Ich glaub, Ben hat gleich eins auf sechs Zeichnungen abgegeben, wo gar nichts drauf ist. Ey, Junge. Warum hat der irgendwas braunes im Gesicht? Einer halt große, faltige Eier. Einer halt große? Einer halt. Ey, warum hat der einen Kopf auf den Kopf? Ey, Johnny Sins. Johnny Sins, Alter. Ey, könnte echt wie sein. Junge. Gut. Halb f*** eine mehr Jungfrau in die Länge. Junge, wer hat das gemacht, Torb? Was ist mit dir los? Digga. Grüner Mann will Engel vergewaltigen mit Kaka auf den Kopf. Grünner Mann will Engel vergewaltigen mit Kaka auf den Kopf. Ganz gegen Bettner. Halb mit Kaka auf. Das war am Ende doch das Witzigste. Oh, Junge. Krieper rennt über eine Riesenbanane. Das war echt schön gut gezeichnet sogar. Ein Krieper rutscht eine Banane runter. Behindert der Sauron. Sauron. Oh, Sauron. Wie bist du behindert? Sauron. Rollstuhlfahrer kämpft gegen Mord. Was? Digga, Attacke. Wenn die attackiert, Herr der Ringeltauer mit Auge. Herr der Ringeltauer mit Auge. Der Ringeltauer mit Auge. Das haben wir eh nicht gelesen, deswegen zählt er den Zeichen in die Falsche. Egal. Das Maul ist Katze. Okay. Nein, ist Katze. Junge, wer hat das denn für so eine Kaka? Man mit rotem Kopf und Laser will Katze. Digga, wer kennt den Star Wars nicht? Unge, was? Superman will Hund essen. Digga, wer kennt den Star Wars nicht, Mann? Wieso ist das ein Hund, Junge? In welchem Universum ist das ein Hund? Hey. Ich glaube, Hotdog. Hotdog einfach. Immer Superman. Ich glaube, hier schon. Tim Starz-Mall ist geil, der ist krank. Ich kann gut Hohns hat. Ich weiß es nicht. Ohne gesagt. Ah, okay. Jetzt weiß ich es nicht. Deswegen war ich so überrascht, dass ich davon Heu bekomme. Gay Sauna. Darth Vader geht in die schwulen Sauna. Digga, was? Das ist wirklich nicht besser, ne? Jungs, also... Sachenkappen. Digga, was ist das? Darth Vader erhitzt Sauna mit Laserschwester. Hä, was? Da hinten... Wow. Guter, der Vader. Inscope bricht sich seine Hand. Digga. Ja, guck mal, Seven. Gut gezeigt. Junge, Karl. Anlaufkrank. Inscope bricht sich seine Hand, weil er auf den Tisch haut. War doch heftig. Digga, was? Twitch? Was ist das denn? Kantenwagen im Witch-Stream. Ich habe mit keiner Ahnung, was das rein soll. Das ist ein Kreuz. Das rote Kanten. Das ist ein Kreuz. Ich glaube, deswegen. Ja, aber ich dachte so, hä? Gay. Warum steht da gay? Der hat so Zacken überall. Das ist von Dragon Ball, oder? Junge, hä? Ich habe doch gar nichts geschrieben. Oh, 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 oh. Schreib, 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 schreib. Scheiße! Ich habe nichts geschrieben. Ich habe nichts geschrieben. Ich auch nicht. Sorry, Scheiße, Junge. Was ist Thanos? Ich wollte Thanos mit... Keine Ahnung, Kopf als Arm oder sowas. Keine Ahnung, was das war. Und gay auf dem Rücken. Schwuler Thanos hat... Bei mir steht nur Kopf, mach. Ja, zeichne weiter, David. Zeichne weiter. Kaput? Was ist Kaput? Typ mit Brille, Kaput. Typ mit Brille, Kaput. Kakauri. Was ist denn? Kakauri? Was ist denn? Typ mit Brille. Okay. Was ist das? Ich gucke mir das jetzt. Was ist Kaput? Äh, Junge, hier kommt Pornos. Was ist das? Kaput, kaufen Sie den Kaput mit kostenlosen Versand. Und ich gehe auf Brille da und da sind Pornos. Digga, was ist das? Es ist von Band. Einfach so. Es ist klar. Es muss von Band sein. Guck dir, was meins gleich mal an. King Kong mit Down-Syndrom. Ja, das habe ich bekommen. Mal gucken. Er dachte ich so... Hä? Ich habe es gerade nicht gesehen. Sabbern der Affe mit fancy Nippe. Mit fancy Nippe? Äh, Junge. Was ist das? Junge, war man denn? Ach, Junge. In welcher Affe hat der Sex Nippe? Ja. Zicka. Einhornente. Einhornente. Ich dachte, das ist ein Tabaluka. Einhornente. Mehr Jungfrauen. Mehr Jungfrauen, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das ein Einhorn ist. Negolas Headshotet Sauron. Junge, der Welt ist leh. Was ist Sauron? Wie soll man Negolas zeichnen? Held, entschuldigung. Gebeine. Sauron. Warum macht der vier Beine an Bord? Schautschütze Headshotet Dinosaurier. Ich habe mit Negolas einen Kopf gemalt einfach. Oh, jeez. Junge, sehr jung. Der Malz. Ein Typ mit aufhütet Dino. Der Bär hat nicht mehr Ohren. Obi-Wan mit fetten Korn. Was ist denn da? Ich habe ein Brot auf der Jedi. Was ist das? Das ist eine Ahnung. Und wir haben ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Digga, was? Wie soll ich das zeichnen? Doch, man. Jetzt lese ich es erst richtig. Ich habe ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Ich habe ein Zufall. Digga, ist die Schicknutz? Digga, wer ist er? Hehehehe